Hallo Nachbar! Ja, genau Sie! Mein Name ist Sabina Ide, ich bin Dialogbeauftragte bei der Polizeidirektion in Osnabrück. Und ich schaue nach links und rechts zu meinen Nachbarn, genau wie sie es wahrscheinlich auch häufiger tun. In meinem beruflichen Umfeld habe ich es sehr viel mit migrantischen Mitbürgern zu tun. Die Not ist überall. Es gibt Menschen, die vielleicht nicht so leichte Zugänge zur Hilfe haben. Deswegen bin ich froh, dass ich im Stiftungsfonds Horizont dabei sein kann, mich mit den anderen vernetzen kann und auch die Hilfsangebote zu den Menschen tragen kann, die vielleicht sonst nicht davon erfahren. Stiftungsfonds Horizont, das bedeutet Hilfe in der Region. Einfach mal nach links und rechts schauen und... Hallo Nachbar! �� traz直 Stiftungsfonds Stiftungsfonds Stiftungsbete Stiftung